also der dunkelblaue muss ja in die türöffnung das ist ja klar darum kommen wir nur mit welcher welcher dunkelblaue den ganz rechts hier das war also schwarz ja schwarz weil der gelbe reicht von der länge nicht aus ich hätte das kurs da reingekommen so wie das dort ist mit dem gelben reicht das eigentlich vollkommen aus weil du hast dann dort den hohlraum ach so ja wir müssen jetzt irgendwie den hellblauen hier zwei nach oben verrücken und dann noch so ein eckteil das problem ist wir haben das passende eckteil nicht hier das passende eckteil ist da ganz hinten hinten und hast du weggeschoben ne ne hier unten wenn wir das da hin machen oh warte mal ich lass mich mal ganz kurz dran so das machen wir jetzt da hin das so jahren und den roten wegschieben und dann ist die tür frei wir haben uns komplizierter gedacht ja das man denkt nicht so einfach ist aber eine coole idee ehrlich gesagt man hätte hier eine stirnlampe auf jeden fall gebrauchen können wow was will ich denn hier aus oder so hier ist unser Hinweis und Bauplan Wasserrohr läuft ja wir können nur nach oben gehen oh jetzt ist offen was ist offen die tür war ja vorher geschlossen ich hoffe wir saufen jetzt hier nicht ab von unserem tempo ab ja lass erstmal kurz zurück zum anfang würde ich sagen ach hier guck mal hinten war eine leiter ok ich bin gerade mal in sicherheit gesprungen ja ja hier hat ich es äh jetzt also schrott und jetzt noch ne notiz ey jetzt gibst du mir das brett ja hier ist dann ein gang zum zurückgehen hier geht es glaube ich weiter ich hätte echt wir hätten uns vor eine stirnlampe machen sollen ich finde es geht wird man im video wahrscheinlich nicht viel sehen können aber ach doch ich denke mir schon dass man was sieht gar schon oh oh nicht 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 ich geh da nicht rein keine sorge dein Liebling jump and run leck mich am arsch wer ich kannst das wasser ausscheiden ich vertraue dir Darko äh was Darko da hinten sind Erdbeeren ich habe hier Bananen und Bananen und Bananen ich habe Erdbeeren und Erdbeersamen äh ich glaube ich habe hier was gefunden benötigt 3 Klebeband ich habe 1 Autsch 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 Du kannst so lange ins Wasser solange keine Blitze sind Sonnen Autsch Hä ich habe aber alle musst du auch Dein ran pictures Ne Ne das ist doch heile wir müssen jetzt auch hier durch die Tür ab Wie hast du die eigentlich abgeerntet hier? Die Erdbeeren? Ach, das kann man auch abernten dort. Das sind Bananen. Das wusste ich nicht. Ich habe mich nur um die Erdbeeren gekümmert. Benötigt drei Klebeband. Hier ist das nächste Stromleckteil gedöhnt. Ähm, siehst du irgendwo Klebeband? Bei mir in der Ecke hier nicht. Ah, kommst du? Äh, warte mal. Du bist... Hast du noch Platz frei? Einen Slot. Hast du rohes Fleisch im Inventar? Von den Viehzeugen? Ja, habe ich. Hast du Plaste und Metallschrott? Wenn ja, wirf raus, dann nehme ich das auf. Gut, jetzt müsstest du... Hast du Bananen oder Bananensamen? Ne, nur Erdbeeren und Erdbeersamen. Aber jetzt müsstest du wieder einen oder zwei Slots frei haben. Ja. So können wir uns doch immer reinteilen. Dass wir das ganze, den ganzen Spaßchen und zweites Mal machen müssen. Ich finde das hier aber tausendmal... Oh, es werde tageslässig... Roboter. Heil dir nackter Mann! Max Landschoff, Founder of the... Total, wenn du im Weg stehst. Max Landschoff, Founder of the Tangoa Project. Savior of Earth Finest. Alles klar. Ich am Tag, sag mal vor. Du Wichser! Hilfe? 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 Komm mal her, komm mal her! Nein, Notiz! Hilfe! 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 ich will das auto für unser boot haben hilfst du mir mal hilfe 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 brauchst du ernsthaft hilfe ich dachte du hast du kommst alleine klar weiß nicht so ganz ob das schaden macht was ich mache man kann mit dem irgendwas machen schlüsselkarte ja was jetzt was jetzt was jetzt du kleiner sex computer hier ging es runter ich glaube der stimmt dass der nackt da ist der nächste ich lenken ab du gehst dran und drückst da kann man nicht drücken man muss den kaputt machen der braucht es jetzt ich habe ja auch schon zwei drauf gemacht aschenbecher ja gut die lassen sie es gut gehen 0 erstmal wir sind bei null du knallbirne und tschüss tagora token ok ich habe hier was freigeschnitten hier ist einmal klebeband sehr gut ich habe irgendwie so ein token gerade gesammelt ich glaube hier kann man dann irgendwas damit kaufen so wer kämpft ich nicht ich habe ordentlich schaden genommen bis diesen komischen dito kriegt man gleich hin ich habe auch so ein token so viel geld hat er eignet warum klauen wir uns das zeug hier nicht ich frage mich was du hast boah guck mal die sind reich auch blitzmerker wählst aber worauf ich hinaus will oder achso ich lass das viel liegen kannst du abernten wegen äh du hast das fleisch hier ist wieder so ein token da drüben ist eine kiste da kommen wir aber noch hin weil die tür dort drauf geht ja aber dann fehlt noch einmal klebeband das werden wir hier bestimmt noch irgendwo finden irgendwo ist gut vielleicht auch gar nicht mehr hier drin ich bin richtig neugierig für was die token sind aber warte mal wir haben doch ne ich habe ja nur die seilrutsche da gibt es doch noch was anderes oder es gibt noch einiges neues auch neue erze ne wegen dem enter haken ach keine ahnung warte mal äh ach ne scheiß drauf fahr mal wieder runter ne äh hier ich hab da was von dir eingesammelt wo bist du hinter dir achta das sind deine pfeile warum bauen wir uns nicht einfach hier auf da ist nix ich hab schon wieder irgendwas gehört ja das sind diese roboter die könnten hier ruhig mal eine süßwasserquelle haben hier kommst du rein du hast wieder dasselbe aufgebaut hä wo denn bei dem haus wo du eben warst ich bin aber umgelaufen ich bin in die andere richtung gelaufen jetzt fäll ich hier draußen grad einen baum stimmt das mal die noch testen können wir die hier fällen ja klar geil ok wir haben erstmal keine Holzprobleme mehr ja aber das können wir später machen oder ja weil sonst ist das in der Tagfahrt ich bin rechts von dir hier ja warte ich komm genau da rein sechster ok ja du hast die sechster nimm die acht hast du noch einen sperr oder ist dein sperr noch heil oder schon kaputt ich hab noch einen relativ heilen ok hilfst du mir mal ey ich hab den anderen auch alleine gekriegt ich hab drauf geschlagen auf den anderen auch deinen eilen die gründen ne du musst die insgesamt vier mal hinten klebewand das nummer drei oh titanerz oh endlich oh endlich ich hab ausnahmsweise mal einen Tresor gefunden und einen kühlschrank ok ich bin voll ähm ich glaub das hier drin sind steinpfeile guck mal ob du die aufheben kannst ja einer deluxe welts hier das brauchen wir nicht warte mal ich brauch ein bisschen hunger was dieser deluxe welts ne das den hab ich grad gegessen oh so ich muss ja selber erstmal hier mich full machen kommst du ja immer mit der ruhe ich bin doch nicht fertig was passiert wenn man den mehrmals hintereinander drückt bleibt der dann stecken gab es da drüben was ich hab bisher nur schrott in meinem klo ist nichts versteckt hier ist dann die kiste die kannst du gerne aufnehmen hier ist nochmal klebeband ja das werden wir bestimmt noch öfters brauchen ich hab mich nur gerade gewundert warum du es übersehen hast wo warst du hier mitten auf dem tisch hier da habe ich nicht geguckt ich versuch grad irgendwie nur sachen zu finden womit ich meinen Durst löschen kann so viel habe ich auch nicht mehr davon so viel habe ich auch nicht mehr davon das hilft nicht dabei ne ich hab hier frei und ich muss jetzt ist mein Dings so viel ist auch komplett voll ich habe wieder vier slots frei hier 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 Wir haben doch eigentlich mittlerweile auch genug getatet. Warte mal. Guck mal was wir uns für die Token holen können. Ein Klavier. Hier ist Essen. Wie viele Token haben wir? Das sind nur Pflanzen und Bilder. Das brauchen wir nicht. Aber hier, so ein Rucksack ist ja geil. Da können wir unsere Sachen erstmal drin lagern. Fünf Token. Oh wow. Vielleicht erstmal nachgucken wie viel wir haben. Wo sehe ich das denn? Ja. Ja, ein Rucksack, wow. Kriegen wir genug für deinen Rucksack auch noch. Wir haben keine mehr. Wir haben nichts mehr angezeigt. Darko, erst den Kopf einschalten, dann die Finger betätigen. Wieso? Hier gibt es tausende von den Dingern. Was ist wenn nicht mehr? Kann ich mir nicht vorstellen. Achtung! Kommt da nicht hoch. Kommt da nicht hoch. Kommt da nicht hoch. Das müsste dann... Wir müssten aber hier auch wieder einen Hinweis kriegen. Oder? Da steht da rechts. Schau mal, hier ist der Nächste. Oh fuck. Oh fuck. Katz! Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Tut tut, t tut. Nix. Nichts würde ich nicht sagen, ich bin ja auf dem Dach. Ja du, ich nicht, ich bin unten im zweiten Teil. Guckt, gibt schon wieder Taugnis. Leder und Glas. Oma auf dem Dach war nichts. So.